Rekordtransfer Breel-Embolo steht bei Schalke 04 offenbar vor dem Absprung. Wie die WAZ berichtet, soll der Schweizer Nationalspieler in Kürze einen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschreiben. Embolo habe bereits seinen Urlaub unterbrochen, um bei den Fohlen einen Fitnesstest zu absolvieren. Der 22-Jährige mit 27 Millionen Euro Ablöse teuerster Spieler der Schalker Vereinsgeschichte hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2021, kann den Klub aber wohl aufgrund einer Ausstiegsklausel früher verlassen.